Und ja, für den FL-Platz müsst ihr lediglich euren In-Game-Namen in die Kommentare schreiben. Willkommen zum neuen CW-Highlights-Video und zwar werde ich jetzt erstmal einmal kurz den Gewinner vom letzten Video auswählen und zwar ist es... The Call Me UHC God. So, wir enden dich auch gleich in-game und wie gesagt, ich habe das nur damit die FL ein bisschen besonderer ist. Ich wollte die eigentlich privat halten, aber das habe ich schon so oft gesagt und ich will dieses Pre-Into jetzt nicht nochmal wieder so lange ziehen. Ja, viel Spaß jetzt bei den CW-Highlights-Videos, aber noch einmal, wir stehen gerade einfach mega knapp vor den 17.500 und es würde mich einfach mega freuen, wenn ihr jetzt vielleicht einmal kurz noch ein Abo dalässt und ja, dass wir vielleicht heute noch die 17.500 kacken. Würde mich mega freuen und viel Spaß noch beim CW-Highlights-Video. Was passiert hier? Hört ihr das? Ist so. Ich habe so lange keine Tomaten-Suppe mehr gehabt. Tomaten-Suppe ist Tomaten-Suppe weiß ich was. Ich habe... Geht die andere Seite nicht raus. Ach 32, oder? Vemus. Junge, wenn ich dich Vemus nenne, dann klingt das so scheiße. Vemus. Kann ich nicht einfach sagen, Vemus, bin gefällt, grüße gehen raus. Vemus, soll ich dir was sagen? Ja, damit halt schlicht. Ich war sehr enttäuscht, als du dir das V4 da gemacht hast. Und dann waren diese Schwerter da am Ende, diese grüne Spitze, und dann hast du es einfach alles blau gemacht. Jo. Junge, ich hasse grün, ne? Ich hasse die Farbe grün so hart. Dann musst dich das V2 downloaden, da es recolored hat, alter. Bisschen hoch noch? Ja, passt, passt, passt. Passt. Ja, jetzt passt, jetzt passt. Hast du ein bisschen Essen? Hast du Essen? Ja, hab ich. Ich habe halt noch ein Web gekauft. Ja, soll ich vorgehen? Ja, jetzt mach ich mal eine Tomatensuppe. Ja, ich bin viel höher als der V4. Hast du denn Tomatensuppe? Isst du nur Tomatensuppe, ohne alles, nicht mit Baguette oder so? Wenn, natürlich, aber was ich. Also, ich mache immer Tomatensuppe mit 3-4 Tomatensuppe. Was ist eklig? Baguette ist eklig. Ich habe ins Baguette in die Tomatensuppe. Alles reingeklatscht. Okay, einem das gefällt. Ich schmeiß alles in meinen Toaster. Ja, was. Auch meine Anziehsachen. Nein, 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 nein. Ich trebe es in den Hals um, weil er seine Suppe frisst. Löffelt. Löffelt, sagst du. Wenn ich die alle überspringen, was kriege ich dann? Ja, wenn du das bekommst, was bekommst du was? Drop deine Rod, drop deine Rod, bitte. Das ist die Krieger. Da kommt einer zu dir. Was passiert hier? Hört ihr das? Ja. Das hat ja wie Rauchmelder. Ist so. Reiner down. Chillt mal kurz. Chillt mal kurz. Reiner down. Wie kann man das los? Aufmelden. Oder? Ja, aufmelden. Ja, ja. Wie kann man das los? Ja, ich kann das los. Ja, ich kann das los. Ja, ich kann das los. Nice. Ja. Nice, nur noch der Bo, nur noch der Bo, nur noch der Bo. Da ist was da, was ist denn da? Ey, Junge, ich... Ja, im Gegensatz zu dir ist bei dir auch nicht der Rauchmelder angegangen, als den Weltuntergang. Weißt du doch gar nicht. Ja, doch. Ich hab nur so ein Mikrofon pegel. Junge, das ist so, Junge, nur noch der Bo und der eine Chipsch da und der ist immer so. Das ist so laut, das Geräusch, ey. Boah, nee. Ja, das soll ich auch warnen. Und einen wecken. Ja, wirklich? Ja, denkst du, da kommt jetzt so ein leises Piep, das einen erst mal so langsam aufwecken? Äh, halte, da kommt einer hoch. Ah, das habe ich noch getroffen. Soll ich auf 169 ziehen oder von wo ziehst du? Ich habe gerade auf 200. Warte. Laufen oder springen? Bringen auf 100. Bringen auf Grundhöhe? Ja. Willst du mit mir machen? Einer rechts, einer links. Aber sowas von. Locker da. Wie machst du? Von uns aus gesehen? Aber ja, wir sprechen uns hier gleich ab. Eins sofort. Lass einfach von uns aus. Rest um. Der Bo ist noch. Ich mach hier so hoch. Der baut sich jetzt am MLG-Way hoch, Junge. Ich kann den nicht treffen von ihm. Das ist egal, lass erstmal clearen. Schnell, Wemmes, ne? Ja, gut. Nein, Junge. Oh, Wemmes, Alter, du bist so ein Washer-Kiddy, ne? Du bist so ein Washer-Kiddy. Ja, egal, wenn du es jetzt hast, dann ist alles gut. Aber wenn du es nicht hast, dann bist du nur noch checkt. Soll ich mir ein Eisenpferd machen? Ja. Nur noch der Bo wieder. Und der ist immer noch low. Nice. Gott sei Dank, Wäscher-Kiddy. Ne. Scheiße, Scheiße. Boah, Gott, was ist das denn zählt? Drei Blöcke. Am Bett gemacht. Ach du Scheiße. Ja, mir war langweilig. Digga, Mario, so hast du richtig vergewaltigt. Ja. Man kommt hier noch nicht mal richtig ganz vorne rein. Ach, Mann. Ich könnte es eigentlich nicht weniger machen müssen. Na, wir bauen hier den Block ab. Alter, Ari. Hi. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never look at me. Hättest du wirklich alles glas gemacht, okay? Aber so sieht man ja keinen, da muss man sich einmal einbauen. Ja, bin down jetzt. Ja, ich google mich da durch. Ja, Mario. Octane Games, Supporter. Soll ich try'n? Ja, try, try. Soll ich euch try'n? Hallo, Dario. Hallo, Dario. Hallo, Dario. Hallo, meine Freunde. Hoffentlich gibt's dir den Eid. Mein. Oh, Mann. Deinem ist. Affe, Alter. Ach, was hat ihr mit dem Recht gemacht? Oh, sorry. Steht doch mal aus, hat er ein Spat von? Hä, hat er jetzt ein Spat von? Hat er ein Spat von? Ne, er macht das Freund S. Jens Antielo, die wir. Das war so krank, das wäre so lustig. Denkst du, der macht das? Ja, der macht das safe, wenn du Cain bist. Er heißt, er heißt Bohnenmord Fripp. Was für eine DPI spielst du eigentlich? Mit der Linken hab ich mir das abgeholt. In Minecraft 136% und ich glaub 4.000 mehr DPI. Was? Ich will nicht mit dem. Ich hab's doch gar nicht. Nein! Bow down, hab den Bow. Nein, noch ein. Rod down. So richtig hängt der Wap, hängt der Wap zu? Uh, so knapp. Der Bow? Ne, der hängt den Wap. Ne, der hängt den Wap schon, aber der wird Wap haben. Ne, der hat nicht mehr. Ich hab den hier grad schon. Hast du ein paar Blöcke? Ich hab einen, ich hab einen Block. Warte, ich komm mit Bullico hoch. Was macht der Rote? Hast du den Roten? Es gibt nur einen Team. Hä? Da springen alle runter. Hä? Wir haben keiner, aber egal. Achso, wir sind jetzt die 5. Im Channel und keiner kriegt 10. Ja, ich weiß. Nice. Wtf. Nice. Achtung da. Äh. Du müsstest. Den zweiten. Äh. Also ich seh nicht so... Ah doch. Genau wie wir. Doch, genau wie wir. Ja, ja. Schmeiß. Also rechts raus. Die zieht immer so diese 360's. Fucked ab, alter. Dann muss ich ihm mehr holen. Ne. Ja. Geil, dann kann ich mir gar keinen. Achtung, Weimis! 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 Bleah! Digga! Wenn du den anderen holst, kannst du den auch rein. Nein, ich hab keine Bugs. Ja, ich hab keine Bugs. Dadurch brauch ich einen Eisen nur noch, ne? Hm? Hier. Eisen für Bronze. Hergib. Hergib mit dem Eisen. Kannst ja versuchen, beide zu knocken. Warte, ich komm, ich komm. Komm auch noch drauf. Ja, ich würde oben gleich mit Fuchsdruck vorbei. Cool! Ja, natürlich hätte ich das Bett bekommen, hätte ich nicht den Eisenblock abgebaut, aber es war halt einfach so ne Speed-Reaktion, wo man nicht schnell genug reagiert hat. Hast du den gesehen? Jungs, ihr müsst, ihr müsst, äh, gebt in ein Probes, hast du den gesehen? Nein, Babys! Brett war offen. Dadurch, lass uns mal warten. Babys! Jetzt könnt ihr unten... Warte chill, warte, warte. Dadurch, warte. Ich hab eh... Ich kann nur knocken, wenn du willst. Ja, das... Mehr muss nicht, mehr muss nicht kommen. 2, 2. Unten ist einer, ihr müsst den nur, ihr müsst haben. Ah shit, ja, bin halt gestorben. Habts geschafft. Achtung! Danke. Ja, das war's auch mit dem Video. Hier jetzt noch ein kleiner Clip aus Fax, also der Clip ist jetzt ein bisschen älter, ungefähr 1-3 Monate alt. Und ja. Dann steht sie das so drauf und dreht sich einfach die ganze Zeit im Kreis. Ich hab da immer so eine Flasche auf der Servus. Sie hat so Tränen genommen gekippt, als es so lustig war. Das ist nicht passiert. Wenn ich kenne mich, über dir, über dir, über dir, über dir, über dir, über dir. Oh, taktisch, oh. Oh, Palla. Wenn ich Frieden lassen kann, das hat mich. Das spürt mich mal wieder auf. Ja. Nein. Oha, das ist ja noch nicht gut. Ich auch. Ich muss gerade... Oh, so drei Hits in der Luft zu passieren, hier unten war ich gar... Das war für mich. Wenn ich gehe auf Base, der fand den Klapp. Ich hab ja voll den Base-Date in den Base-Date. 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 In Krustar-Lizza. Lämmen? Da ist der Krustar-Lizza. Wenn ich die ja noch nicht mehr losmahne. Ah! Jetzt auch. Lass mal packen. Prost. So dance, baby, dance again Take my hand, baby, dance again